Mein Name ist Dr. Jitliuzzi, ich forsche im Bereich Informationsmedizin und möchte gerne Menschen vorstellen, die dies einfach auch tun und deren Ergänzung, deren Entwicklungen einfach auch kennzeichnen. Hier ist Dr. Davis aus St. Louis. Seine Definition, was ist Informationsmedizin? Im Heilen gibt es viele Phänomene, die nicht von Menge, Raum und Zeit bestimmt werden. Diese Phänomene und die dazugehörigen Behandlungsmodalitäten liegen außerhalb der modernen Medizin, dass sie von der Physik des 19. Jahrhunderts nicht behandelt oder erklärt werden. Mit den Konzepten und Theorien der heutigen Physik können viele jedoch erklärt werden und sind sogar zu erwarten. Manche fallen jedoch nicht einmal in den Rahmen, mit dem sich die moderne Physik beschäftigt, dass sich dieser Phänomen auf den lebendigen Organismus bezieht. Danke, Herr Dr. Davis. Die Seite ist drdavis.de. Dankeschön für Ihre Forschung.